Ja Ja ich hab gut gehittet den einen Ich muss sagen wo Ja ich seh die nur mit meinem Einer knockt Ja ich seh ich einer Der andere ist da oben irgendwo Ja er rennt jetzt hin Ja beide Wird grad kommen Aber das ist das Was ist das? Hier ist ein Gegner Einer genockt Boah ich komm hier noch nicht so hoch Beide weg Ist so gut ne? Ja Hier ich seh ihn nicht Ist weg Beide? Oder war das nur einer? Hier ist noch ein Gegner Da Ist das ne Botrunde oder was? Immer Wo siehst du wo denn? Gennockt Da hinten ist auch einer Ja ich renn mal hin Warte die müssen eh zu uns kommen Wegen Zone Ja ok Ich geh hier wieder aufm Berg Hab ihn gesniped? Hab ihn gesniped erst auch Ey ich hab ihn zweimal gesniped Ja ich brauchte nur einen Schuss machen Ey was tut Scheiße Soll ich mich wegschießen? Ich komme gleich Ja du kannst dich schonmal schießen wenn du willst Ah ich warte noch kurz Warte ich komme gleich Bei mir Bei mir Die kommen mit dem Ding Die sind schon bei dir Hier ist einer Der ist weiter gegangen Einer knockt Hab ihn Gut 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 Kurz heilen und dann weg Warte mal ich guck mal kurz was er für eine Waffe für mich hat Bei mir Ja Stark Ich hab Doch die Boss kommt Ja weg zurück Probier's Die sind losstipps hier ist ein richtiger Gegner Wir haben ihn Ich hab keine Muni Ey bei mir ist noch einer Ach ne Typ Hol ihn bitte Hol ihn Hol ihn Hol ihn Hol mich schnell hoch Hol mich schnell hoch Der kommt mal hier um die Ecke Ich höre hier selbst Direkt vor meiner Fresse Scheiße Hol er hol er Einer weg Oh sein Maid ist hier auch Alter Der hat nix mehr Oh Letzten Schuss treffe ich ihn Alter Ich hab ihm so oft getroffen Einer weg Aber ich Ey die sind da in einem Wasser Ich glaub das sind Bots die gegeneinander kämpfen Die Stopp Bots können gegeneinander kämpfen Ja? Mhm Ja dann ballern wir auf Team Wasser Ich hab drei getötet Ich hab drei getötet Ich hab drei getötet Ich hab drei getötet Ich hab die glaub ich getötet Er ist jetzt im Wasser Weg Sein Gegner Sein Maid ist da Beide weg Hier Hier Hilfe Ich seh ihn nicht Dembo 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 Ich hab einen Ich hab ein bisschen gehittet Ich hab ein bisschen gehittet Er ist im Busch Er geht zu dem Auto Hab ihn Hab ihn Aber er ist nur genockt Hol ihn Hol ihn Wo ist sein Maid Da links beim Haus Ist sein Maid Wir müssen laufen Warte 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 Also hier so in der Grube Das ist ein Lama Der ist weg Ich glaube er will ihn jetzt heilen Ne ist gar nicht genockt Da sind keine Bots Einer weg Der andere im Wasser Aber dahinter ihm sind noch mehr Hab ihn Und jetzt noch rechts Der ist irgendwo weggelaufen Ich seh ihn nicht Ja Ich weiß aber wo Ungefähr Er nimmt mir die Ehre Er ist hinter dem Baum Digga er nimmt mir so die Ehre Ich muss mich kurz mal heilen Digga wenn du jetzt stirbst kann ich nix ne Oh Digga Er hat sich weggebeamt Oder Ja Hier auch rein Er ist hier drinnen Er ist hier drinnen Er ist hier drinnen Sicher sein Krass Hol ihn Hol ihn Hol ihn schnell hoch In mir sein Maid kommt Warte mal Ey ihr schießt wer von außen auf mich Sein Maid kommt Sein Maid kommt genau neben mir Sein Maid kommt genau neben mir Bitte Ficky Ey mein Watt ist da Vorsicht Vorsicht vom Berg schießen die Warte ich komm erstmal um die Ecke Jetzt 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 Queller Das Auf Mas